Artisanal Gardening holt die Natur ins Haus. Eine ursprüngliche Welt in Bambus, Leder oder Keramik entsteht. Warme Töne kontrastieren mit kräftigem Grün, frischem Beige und Grau. Innen und Außen verschmelzen, zum Beispiel in Holzleuchten, für die eine 400 Jahre alte japanische Technik angewendet wurde. Futuristic Couture verbindet traditionelle Manufaktur und technische Innovation. Synthetische Werkstoffe in schimmernden Nuancen oder kühlem Neon treffen auf handbemaltes Porzellan. Objekte wie eine Etagere aus Polypropylen mit holographischer Wirkung und lasergeschnittene Schalen kündigen Zukunft an. Functional Simplicity zeigt, wie sinnlich Perfektion sein kann. Reduziertes Design stellt hochkarätige Werkstoffe, monochrome Flächen und neutrale Töne von weiß und grau bis schwarz in den Vordergrund. Das Ergebnis sind Klassiker von morgen. Funktionale Töpfe und Küchengeräte sowie Glas- statt PET-Flaschen für unterwegs. Composing Freedom überrascht mit ungewöhnlichen Kombinationen. Alt und neu, hochglänzendes Metall und preiswerte Materialien, Animal Prints, Streetstyle und Memphis. Alles ist plakativ, bunt und unbekümmert. Hier gibt es Zebrastreifenteppiche oder Tapeten mit U-Bahn-Motiv. Trends 2016. In Szene gesetzt durch das Stilbüro Bora Herke Palmisano.